so machen wir den kronen sieg im auf 3 immerhin 33 ja genau und ich stelle mich darüber dann haben wir 330 wo geht die reise hin er mags hinten und da können wir wenigstens ein bisschen looten bevor wir in den krieg ziehen ja das müsste ich mal installieren ja ich mache sie auf dem pc da ist es dann die pc version was für eine version von was battlefield welches 20 42 genau wahrscheinlich wahrscheinlich noch mal die spieler der stadtkanzlerin bin ich viel zu schlecht bei dem auf die funktionierter ist dann auch ist das überhaupt platz play ja eigentlich schon ich meine es kann sein dass man da vielleicht dann keine vorteile haben darf oder so ich bin mir gefallen komm hier wir gucken denn zeus geh weg, geh weg, geh weg, ich will die warum? das ist die alte die ich sehe ja jetzt war die stimmung schlecht ja jetzt war die stimmung schlecht siehst du also musst du ein emoji machen ja da hab ich vorhin schon rum ge... ja ne du musst so ein jam loop machen du bist dein kleiner kaff spiel dich mal der bass nee du musst deine Schwester nicht ärgern sag mal ein wenig aber hoffentlich hast du dann kein all-bass-sues hmhm aber wir machen mal 160 so doch weitermachen oh ich höre Dinge ok ich hatte mit dem auto ein bisschen zerstörungslieb achso du war's haha hier jetzt hörst du wieder Dinge hmhm hmhm jetzt hörst du wieder Dinge was ist das denn hier ach du legst sie da hin was ist das das war eine blase ja oh ja oh jetzt wurde es so geblasen endlich das gefühl von der blase da hatte ich schon mal als ich in holland auf dem konzert war mehr kann ich in der öffentlichkeit nicht sagen aber das hat sich angefühlt als wäre ich in der blase gefangen wieso hast du ein blaskontakt gegeben quasi ja geht stoff stoff oh was haben wir denn hier also ich hab den besten fahrer auf jeden fall milf hm ich mach alles zu klein holz ok eher noch kleiner als klein holz und ich äh und bei mir landet das Auto immer auf den Rädern ich hab mich schon richtig gerädert hmhm oh vielleicht soll dich auch mal abhauen ne achso zwar ist es schon wieder raus ich hab mich selbst ein Auto geholt ja weil die Verschwörung ist hier richtig ja wahrscheinlich nicht mit mir fahren worden ne was nö ich hab jetzt bloß auch Modifikation drauf du hast mir meine Modifikation geholt ja und modifika zion was ist das denn ich hab Mittel gehört ist immer gut also mein Kumpel fragt gerade Freak gerade ja ja er fragt gerade ob Maeve besser ist oder eher ne ne ich glaub das ist leicht zu beantworten mhm das ist leicht zu beantworten eine Frage die wir hoffentlich noch rausfinden natürlich hier oder er spielt auf Switch nur mal so okay respekt er spielt auf Switch mein Kumpel er sagt er ist besser als du und er meint nicht nur das Auto fahren das sei denn das eigentlich nur Verschwörungstheoretiker ne ne auch hier ohne so geht etwas besseres die mich gibt jede menge fünf stück 4 ich kann nicht gucken da kommen wir mal mehr geil ich hab das alter und das ist das wo bist du ja genau cool also wer kann von sich behaupten das alter so gut zu haben wie wechsle ich hier das habe ich ja nur noch so wenig api bei dem autobus gerade repariert was machst du was mache sache ich hätte gern wieder die gitarre wenn ich eine see sollte bescheid ich glaube wir sind jetzt alle auto los ich habe ich habe das auto gerettet ich komme da kriegen wir es auch gelb rettet irgendwie ja das läuft ja ganz gut bisher das ist natürlich sehr stark aber da ja hui hui also ich nehme karatzer und monster energy und ne schachtel vapes was ja genau sparmend geschmack bitte was sparmend geschmack ne nicht was du wieder verstanden hast naja man könnte auch tun für den geschmack dazu sagen wenn es lang genug liegen bleibt warum macht ihr immer die tanken kaputt das ist explodiert so schön mächtiger baller wir haben wir auch noch kaktus die pflanzen sind können stehen oh ja rüber in die zone gegen und jetzt ich spieler noch gerne da ne da ist ich hatte einmal mit anderen irgendwie 41 spieler gekippt also hast du hast der andere spieler ich bin so eine gang die arbeiten zusammen ja ich habe auch einen tuck gemacht zweites a loch habt ihr unser auto kaputt gemacht und caddy getötet ich habe harry getötet harry ja los oh fuck nein komm nicht durch und und jetzlich gepasst ja quasi niemand will fahren zu laden 10 oh no 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 there is no limit ich hab nur noch 29 ap ich hab meine schulde mit wenn du das ist nicht so viel ich habe ihn dabei er liegt im kofferraum also ich habe nicht mehr ich habe es gar nicht drauf geachtet ob ich jetzt was sie durch den heck oder höher sehen 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 ist gut immer noch 36 spieler das gibt es doch gar nicht wo treiben sie sich um deine eingeflogen gibt es doch gar nicht doch bei rolle 6 das hat sechs irgendwo ist der fallerei ja ich höre was da hängt schon wieder das poster was ich verwechselt hab ist da was ja ne ich hab nur schon wieder das poster verwechselt hier sind die gegner da ach sind das diese komischen blitze hier in dem halbkreis ich sehe blitze oder kommt einer mit dem auto da ich fahre hier mit dem auto und er hat die gitarre er ist nicht er ist weggerockt ich will die karte ich will diese karte kommt von angeflogen da wird jemand wieder da hinten ja in den doa ok da ist einer genockt sehr gut oh da hinten stehen paar tankcontainer mal gucken was drin ist ich sehe auch keine labels und das macht nicht bumm guck mal da ist hier einer versteckt hinterm zaun tot getötet schießen habe ihn oh ich hab die gitarre und hier war es dabei für uns na was sieht denn jetzt aus das macht ihr weggerudeln genau schluss mit lustig hier hinten wird geschossen da hinten ist ballerei ja da am rand da sind welche warte mal achtung einer ist sonst die zeit möglich aber ich war dann schon mal das haben wir sowieso nicht positiv denken sind nur noch zwölf so genau die blitze die zeigen die aus welcher richtung super in schuss danke dir okay wenig treibstoff dabei da hier alarm so zone kommt nächste schieß für uns auch frühe fahrer aber wird ja über feier noch irgendwo da unten auch hier hat einer von denen die gitarre hier kriege wir wieder genau er hat meine gitarre nur noch sieben du hast meine gitarre ja jetzt habe ich glaswörtlich wenn ich sie geht habe ich wieder ich würde mich schon mal weg zu tun aua oder ab so eine zone ich bin gleich wieder einsatzbereit hier ist noch eine gitarre ist genockt ist noch eine gitarre habe ich markiert da ist eine andere zone ich habe eine steuerung des todes wir wollen wir ohne epic sieg ja ich hatte gerade meine wir gewonnen ja ja wohl läuft olé rot-weiß solar auf die geschichte trinken jawohl den tschüss danke dir aber fein ich komme lobby übrigens danke für den follow in jesus ich habe es gesehen vor drei stunden das mit dem whisky drin und dem eis wir haben jetzt doppelten kronen sieg ja ich habe wie goldig zu ist das sieht aus wie die gold ständer aus dem powers hier was das denn für eine krankheit so sei mal das erzähle ich jetzt nicht kann ich den morgen auf arbeit auf arbeit können wir das nicht spielen ja warum eigentlich nicht kommen wir an der mittagspause eine runde zocken ich weiß nicht wollen wir alle nicht so die dinge da ich bleib bei dem komischen board kann auch eine andere farbe wählen doch das muss doch gehen ich habe den flüchtlingsgleiter was für ein gleiter flüchtlingsgleiter das sieht aber noch am coolsten aus hier das böse auge kriegt das überall ja sicher da sieht es eigentlich nicht so cool aus das sieht cool aus bei den waffen und da hätte ich gern das weiterhin was gibt es noch naja und so weiter was macht ihr zender was war das für eine flagge eben ich habe da was ganz anderes drauf gesehen alter das ist gefährlich ich dachte schon du bist elektriker mit zwei blitzen ja also jetzt ich freue mich das mir auch nicht aufgefallen jetzt wo du sagst so im augenwinkel ja Junge wenn man länger drauf guckt hat er auch Dachboden gefunden ja genau in opas alter kiste ja genau jau was war da wohl drin tja uniform oh hier maverick am rocken hm 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 Ja Er hat einen ganz heißen Stuhlgang gehabt Stuhlgang hm hm Ich bin ein Nussknacker hm 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 so eine Runde mach ich noch meinen Hau ich hab ja auch ja Stimmung es ist schon wieder 9 ja morgen wieder 4 und 5 und 5 Uhr stehen Oh ja ich um 6 so war ich brauche noch eine stunde um runter zu kommen bis ins bett gehen minimum meistens eigentlich anderthalb schön chillen noch für youtube die alten knacker brauchen immer so lange ja richtig das ist deine dg wiki 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 war wiki wawa west das ist wie bei dsds die unterste schicht ist die gewinnt geheimnis das markieren ist ein geheimer treffpunkt so ist das hier ist da zufällig die schwarze sonne in einem marmor boden eingemacht ich weiß nicht was ähnliches was ich weiß ich achte nicht auf die icons weil das ist ja nur optisch das hat die ströme hartwurst habe ich sagt die eine salzern dann es ist mir wurscht das lieber noch den herausfordern dass das lieber noch mit dem herausfordern er geht nur nach hinten los wieso hat er mich jetzt angegriffen weil du ihn herausgefordert hast ich wollte den links haben ich wollte die schwarze jetzt ist die katze auf dem dach und ich stecke in der toilette fest so jetzt habe ich was hier wer fährt denn da ach so natürlich ich bin ein beifahrer war mal richtung da richtung da wo hier ein vehikel kannst ruhig einsteigen aufs dach gestellt und ich bin voll gegen die seile gebrettert von der brücke ich fahr jetzt allein weiter wird dauern nicht so lange ja leise schauen ich habe den bus übernommen dass ich fahren muss oh sieht schrecklich aus nachdem wir töten mal ein bisschen also jetzt bin ich zufrieden mit meinem blut ich muss jetzt fallern hier wollen wir lieber tauschen ich bin der schutz ein auto ok jetzt zerstören uns die karriere ist so was von lahm und müssen ärgerlich dass die kamera sich immer wieder nach vorne dreht was soll denn ich will zielen machen die anderen autos raunig die tanke jetzt da vorne nicht kaputt machen wir ja genau ich will die sache reparieren da geht das ding immer nach vorne das ist doch du wir müssen hab das bald bevor wir hier zum reparieren kommen der haus ist bestimmt so 30 oder 40 ton schwer so wie der sich auf der straße verhält aber nur ob das weiß die hupe des busses hat eine kleine imp-funktion die hupe hat eine imp-funktion weißt du das probier mal geil eine imp-funktion elektromagnetischer impuls junge das ist für die anderen schockierend ja geil danke in schuss ich habe zwar dein stream offen müssen aber schau in die komplett andere richtung ja ok ein fernseher steht wo meine place angestellt wobei ich eigentlich die land steht ja schräg hinter meinem pc ja ok ok bis quasi im lök ja willst du die gegner sein die armen oder was soll ich doch mal ein loch ein machen dass er durchkommen hier sind übrigens gegner meinst du ja die fahre ja hier also wir fahren und daher wir können kaum hinterher zeichs mit der schweren hier getroffen geil im fall alter warum geht die kanonen immer nach vorne das ist doch kacke komm raus hier feuer frei vor uns ja sind auf dem weg ich hab die karre fest gefahren fuck fuck ich kann den bus wieder befreien jetzt bin ich schon so weit weg ich mache hier der mann aus Atlantis dann bin ich genial mich schon auf dem weg ok mal gucken wer es da ist oh ich höre dich geil wie sieht das denn aus so bin drin boah da vorne geht action boah alter dieser scheiß geschützturm der geht mal voll auf die nüsse ich komme nicht weiter runter ja also warum machten der das da wirst du da wirst du bekloppt da fahren wir da boah alter der wird einem schlecht bei dem geschützturm ohne scheiß mit scheißer ist er täglich oh genau den einen habe ich erwischt ich würde ihn ja gerne erwischen aber ich dachte schon die karre bleibt auf der seite liegen so jetzt muss ich hier ah hier da geht's auch ja cool alle der geschützturm fahr mal über den kaktus oder genau jawohl das hat nichts das hat nichts gebracht weil der spiritus ist ziemlich leer spiritus sancti oh was macht ihr denn nein immer gerne dass die retourkutsche ich kann bald den bus stehen lassen weil hier ist ja keine okay die karre erledigt okay freier abend okay dank kappus und sorry sorry passiert schießt lieber den jahr geballert ja da steht ein auto maverick ein auto ich habe hier ein auto jawohl sehr gut jetzt das auto anschließen wo bist du überhaupt michel auf dem beifahrersitz guck mal nach rechts ich dachte zuerst wo bist denn du aber mache es auch wichtigsten dass du da schon bei sitzt wo wollen sie denn so nee noch ein wo wir da spielen können bräuchten geschützturm oder so irgendwas was knallt für das hat man ja frauen äh was oder türen oder was tiere türen ach so ich dachte schon tiere geht's auch klar miau also michel hat ja mir sehr kranke vorstellung das ist damit klar ja da ist einer ja ich versuche erst mal reparieren zu fahren die sind gerade aufs dach ein und dann der laut oh der hat's der hat mich getötet ja wenn jemand ist gelockt und wenn man eine frauenageln will dann muss man nur in eine in eine ding gehen in eine in den baumarkt und dann eine nagelpistole dann lieber zum bauern und eine melkmaschine was um die aizer zu nähern da reparieren mal das ding die dinger kaputt jetzt ist egal es knallt so schön ja da so wie du denkst das ewesauto boah beide tot oder was ist denn los logisch kurze pause gebraucht weil wir den bus nicht an der drückung an der drückung an der drückung an der drückung also empfangen die sonst würden wir ja noch lieben ich bin ja sowieso nichts anderes zu gebrauchen als zum autofahren und auch da hast du deine schwierigkeiten muss man zugeben es ist eine lüge ja meistens funktioniert es die ewigen lüge gegen mich das geht ja nicht überhaupt nicht gar nicht jawoll oh hier haben wir durch ich gebe gas und habe spaß der gaser ist kaputt ich dachte die die haarschaltung wäre ich mal wo fängst du dir da rum da war ich auch noch nicht in der make heiße ohren okay mal gucken ob der bunker hier oben reparaturbranade lange bleibt das ding noch stehen jetzt brauche ich mal noch gescheite waffen irgendwie irgend wird auch hier immerhin taschenbunker ja ich werde angeschossen ja ich werde angeschossen das war ja cool besorgt euch waffen genug da ja auto dann komme ich von hinten genommen zu werden naja noch so ah nein fahr mich nicht tot fahr mich nicht tot wir sollen dich tot fahren da willst du mal wissen hier sau nono 64170 merke ich mir ist notiert ist es 6 naja ich kann den nicht holen nur so um drin jetzt kommen auch noch die wieder oh hier war ein schönes auto oh nein oh nein scheiße nicht hochgekommen nicht hochgekommen so ich hau ab ja alles klar dann viel vergnügen morgen hau rein koppelst du krone links ich habe doch auch eine schaffe ich es noch in die zone scheiße boah danke mit 6 hauptügel bin ich hier noch reingekommen also ich glaube nicht aufs koppelstacht ne ich werde es glaube ich nicht schaffen nein scheiße tütttum medaillon kohle schweinemedaillon aber das dumme ist ich renne hier mit 6 api rum also ich werde es auch nicht lange machen positiv denken spüre die macht junger padawan bitte tüttum macht ihr noch eine Runde oder nicht mehr ne ich bin raus ich bin raus das wird mir zu spät also in meinem alter brauche ich Schlaf ne gut Leute dann wünsche ich noch einen wunderschönen Abend süße Träume und eine angenehme Arbeitswoche bis dann bye bye bis dann